Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Counter-Strike Global Offense Freude auf Nuke, und zwar mit einigen Randoms. Tadori und wir sind einfach mal irgendwo dazugejoint und haben uns gedacht, die Spiele haben wir geklopft. Einer Codename für B. Und Tadori kann die Map nicht, ich kann sie auch nicht, also ja, das wird sowas von schief gehen. Und Bill war's, der Mond schien hell. Okay, mal weg durch. Alter, du bist so stark. Lol. Das ist nicht verarschen, ey. Zoll mal, war zu langsam. Lol, der steht hier schon leider auf. Okay, wir müssen zusammenspielen heute, sonst schaffen wir das nicht. Müssen wir Ansagen machen. Einfach stumpf hinterher laufen. Ja, B war die Ansage, aber wo lang wir gehen, das war keine Ansage. Ich verfolge einfach nur noch Grün, fertig. Ach Gott, nein, bitte nicht. Okay, dann gehen wir jetzt. Ja, ist das lauter, ich weiß es nicht. Ja, ist es. Ich dachte, du kennst die Map, man. Nein! Wir auch nicht. Das ist sogar das erste Mal, dass ich gespielt habe. Oh, lord. Oh, lord. Oh, lord. Oh, lord. Es funktioniert so nicht wie bisher, sollten wir anfangen die Leute abzuschießen, der würde vielleicht helfen. Also ich hab meine One-Tap-Szenen bekommen, ja. Ja, 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 ja. Oh, hast du wirklich? Das hab ich halt. Ja, komm. Und warum hast du ausgerechnet Luke ausgewählt? Die Welt wie keiner kann, ey, du bist so lauf. Ein Druck auf Random, fag auf. Jetzt schieße ich dich sogar noch an. Oh Mann, du hättest den Hatter kassiert. Ich würd rotieren, da stehen drei Leute schon. Jetzt hab ich den Hatter kassiert. Oh Mann. Verlier mit Würde, ne? Hm, naja, dann müssen wir zumindest eine Runde gewinnen. Leute, lass zumindest eine Runde holen, ja. Hamaschiro, musst auch schießen. Ja, ich hab geflasht. Mich gehört, das ist ja gekommen. Und Praxin... Dein Ace, Junme, dein Ace. Das funfucking do it. Genau, Praxin möchte, dass ich ihn donate. 100 Euro. Das ist so ein Spackengeld. Das ist so ein Affe, der hat mich jetzt ins Team angerufen. Ja. Das ist so ein bisschen verwirrt. Okay, ich hab's zufrieden. Du kannst direkt landen, du kannst direkt landen. Okay, da kann doch mit Kommis kommen. Pass auf. Drei. Drei. Zwei. Eins. Genau. Linke Seite. Du kennst die Map nicht, aber da gibt's andere. Ich wähle. Ja, Pommes weiß ich ja immerhin noch. Ja, Pommes weiß ich ja immerhin noch. Oh Mann ey. Oh Mann ey. Komm, ich bring jetzt wieder hier die... ...schönen Schüsse mit der Scout. Haube ich zumindest. Wenn nicht, dann halt nicht. Wollen wir nochmal die Hölle versuchen? Wollen wir nochmal... Nee. Okay. Achtung, Afer in Garage. Linke Seite. Da stehen zwei. Ja, der andere in der Kiste drin. Ich hab ihn einmal getroffen. Ich hab ihn einmal getroffen. Rampe einer. Okay. Kannst glaub ich helfen. Ich weiß was. Was ist der Mann? Ach komm. Bitte, bitte. Nein, ich war so knapp. Fuck it. Oh Mann. Bring ihn doch hin. Ah, jemand aus Sachsen? Nein. Äh, äh, nein. Ist klar. Ich auch. Oh mein Gott. Niedersachsen ist aber kein Sachsen. Niedersachsen ist geiler. Jetzt werd ich dafür... Jetzt werd ich dafür geflaggt werden, Alter. Wir kommen nicht. Alter, nein, ich hab ihn getroffen. In Garage. Nur noch 31. Ich weiß nicht. Dunkel war's dem Hosen her. Geh weg, geh weg, geh weg. Zwei. Zwei. Nicht drauf. Nicht drauf. Der wird oberhalb von... von das stehen wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Immer noch der kleine Popolz ist dabei. Mach das. Das war... Das ist dieses kleine... Dieser kleine Durchgang, wo du auch die AK geholt hast. Lol, wie unlucky. Der ist da in Wend drin. Hat Hits. Das war ein Spiel. Oh nein. Das war nicht Wend. Da wurde er... ...oran stand. Hooray! Als ich es angesagt hatte, war er da. Ja, es ist angesagt... ...und... 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 Achso, das ist wie hier... ...die Paralympics. Direkt die Kinder... ...parallene Auszeichnung. Kann man überhaupt mal durchschießen? Ich bin auch nicht mehr, ne? Ne... Schade, das geht nicht mehr. ... Ja gut, ihr habt ja schon mal eine getötet, ja dann, das brauch ich machen. Dafür, dass wir die Karte nicht kennen, haben wir schon zwei Siege. 16. Wir fangen an, Runden zu gewinnen. Gelb, Wasserblock. Gehe. Hallo. Hallo? Da unter dir ist einer. Exakt unter dir. Das war ne schöne Ansage. Wie? Du hast schon alle getötet? Mit so schönen Ansagen kann man auch gewinnen. Danke. Du brauchst aber keinen Drop, oder? Können wir tauschen? Nein. Nein, 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 nein! Chattori! Chattori, gib mir die, gib mir die Staffel. Ich will nur... Alter, ich will höchstens was anderes haben, man. Hätte dir noch was legen können. Ey, wieso habe ich keine... Warum rede ich eigentlich ingame mit dir? Ich weiß es gar nicht. Ich mag Züge. Ich auch. Nein! Fuck! Okay. Er... Prefired mich. Hatte ich halt gesehen, mirke. Ja, deswegen muss ich Prefired... ...Hinterausstand. Nein, nein, nein! Böse! Alter, der andere ist hinter dir an der... ...Leiter... ...Leiter, Leiter, Leiter, Leiter! Über dir! Ich weiß! Oh Gott! Der ist hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! In die Ecke! Genau! Oh, Mann! Oh, das hat er nicht gemacht! Er hat ein Ace gemacht! Du hast Drei getötet, Mann! Aber wie schlecht bist du eigentlich? Ich werde es ein Ace machen! Die Vergesse Vorausgerechnet ich mit 2-1-6 Schlechtester Waren meine Kills schön Ja wie dein Bruder schon sagte Du bist nun temporär gut Ich bin generell gut Ja generell aber auch temporär Ja Aber jetzt gerade nicht Ich will immer gucken wie es gerade ist Der ist da Oben drinnen Schaut da immer mal wieder raus Komm schon Noch einmal bitte 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 So So Der war da Na Einer ist oben in A drinnen Ja Ich bin unten auf B So Der ist hinter dir durchgelaufen Ich habe ihm 66 noch gegeben Auf der Seite genau Genau da Mh 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 Trotzdem ist es das erste Mal, dass du die Map spielst, ne? Jedenfalls glaube ich sehr irgendwie nicht. Ohne Scheiß. Das ist das erste Mal, dass ich sie so spiele. Dass du sie so spielst, wow. Du Affe, du kennst die wohl. Ich hab sie wirklich ziemlich selten gespielt. Das letzte Mal, da war sie noch im Originalzustand. Zwinker, zwinker. Ja. Schon. Scheiße. Scouting gerade. Das ist eigentlich gar nicht schön. Ich werde dich kaum verändern. Nur von den Farben und es ist alles so kitschig steril. Ey, ich hab den schon getroffen. Wieso stirbt nicht? Ach man, ey, ich bin so schlecht. Weißt du, ich hab 10 Schuss auf den gesetzt und nur einen getroffen. So richtig dumm. Oliver aus dem Mond, sie nacht. Ah, man. Ich glaube, ich mag die Karte. Und jetzt spiel mir die ganze Reife gleich. Und ihr, ja. Oh nein, ich hasse sie. Ich kann die gar nicht. Merkt man ja gar nicht. Grüße dich. Hier mein Mitbewohner Duffy zum Beispiel, da kann die Karte überhaupt nicht mal laden. Ja, über TS, Entschuldigung. Entschuldigung, ihr könnt ja mitsch, aber hey, Joins. Ich kann euch gerne die Affen dazu geben. Hau raus, hast mich händler, oder? Hast du mich? Ich hab dich versucht zu helfen. Ja, nee, Steam ist auf. Ja, das Team. Let's throw the grenade. Grenade out. I'm throwing fire. Shit. Wie ist hier? Wie gesagt, Paralympics sind sie, ne? Ach, die sind schon wieder... Ich seh überhaupt... Ich seh hier die Runde noch überhaupt. Ich bin schon da. Oh, sorry. Fuck you! Fuck, das hab ich grad erschreuten. Thomas. Selber schuld. Ach, mach. Eins mal. Mann. Ich krieg nur Assists. Ich hab schon mehr Assists als jetzt. Ich glaub aber trotzdem, das ist ne CT-Map. Ja, glaub ich halt auch. War so ne Frage, ist das ne CT oder ne T-Map? Was macht ihr? Keine Ahnung. Ja, überhaupt so auswählen, Mann. Affe. Ja, immer. Abwechslung. Ja, okay, auf YouTube schon, aber... 13 Abonnenten. Ja, ich hab 13 Abonnenten. Ja, ich hab 13 Abonnenten. Alter, was... Und dann steht der da ganz in der Seite. Steht der direkt da drunter. Ich hab hier nicht mitgerechnet. Hinter uns. Ah, die pushen. Ich glaub, der ist schon noch Silo drauf. Ja, Steam ist wieder online. Über dir. Einer Silo. Oh, du Nutte! Sorry. Oh, sogar richtig geraten. Entschuldigung. Was hast du richtig geraten? Triggered. Äh, nicht hier rein schreiben. Nicht hier rein schreiben. Nicht hier rein schreiben. Also, äh... Privat kann ich ihnen die gerne geben, aber ich muss erstmal was abspeichern. Würdest du sonst dir jemand heraussuchen? Da ich keine Vorreden schreiben, ob ich diesen Test habe. Moment. Tadori. Ah. Bitteschön. Das Passwort kennst du ja noch, oder? Ja. Ja. Das, was du nicht hast. Gott schüttt. Nein! Ey, das ist nicht wahr. Ich war genau drauf, aber als ich hatte... Okay. Wo? Ah, 9-7. Ah, okay. Ja, so insweit guckt. Runter auf A. Mit A-Wacher so. Dumpel was denn Ochi mal? So, an der Flasband. Slow! Biss der Flas... Äh, bisschen smoking. Biss der Flä... äh, bisschen smoking. Rernade! Terrorist win! Das ist ein kleiner Kind, oder? Keine Ahnung, ich hätte es mal. Ich meine nicht mal Shiro, ich meine den anderen. Oh, der hat den Negative gedroppt. WTF? Oh, zeig mal. Nimm es, tu es, sei es. Ich kann damit nicht umgehen. Oh Gott, jetzt hab ich dieses ekelige Ding. Geh! Ich nehm das. Geh her, geh her, geh her. Puschen irgendwo durch. Wo sind die denn? Sag doch mal an. Keine Ahnung, ich weiß nicht die Place. Bin ich das außen oder innen? Innen. Wenn du reingehst, direkt in. Ja genau. Genau da. Genau. Ja genau. Der liegt aber gar nicht. Das bin ich. Ja, wirklich genau. Ja, ich hab die Negative. Ja, ich hab gedacht... Ja, ich hab gedacht... Ja, ich hab gedacht... Schlimm mit dir, Alter. Echt mal. Jeter, was redest du eigentlich? Ja, beim Motivieren. Lass schon. Let's call my brother! Warum redest du Englisch? Das sind da alles Deutsche, oder nicht? Ja, ist mir doch egal. Ja, ist mir... Kann ich mich nicht immer an. Wieso? Ich mag's das doch. Ja, ich steh auf SM und so, klar. Ne, was ist das? Wirst du mal deiner Freundin sagen. Vielleicht kann ich da was mit nachhelfen. Ja. Muss traurigerweise an so diesem Spiel. Hä? Nö. Das hast du ja fast auf YouTube gestellt, oder? Das kommt auf YouTube. Scheiße. Nun ja. Dann musst du nur noch deine Freundin dazu bringen, dass du auch seine Sachen anguckst. Ne. Ja. Ja. So. Und der war auf der hohen Schiene her. Ich hab ihn getroffen, Invent. Wenn man dir zu guckt, kommen die besten Granaten zu Tage. Danke. Da unten, Invent ist einer. Entschuldigung. Machiere. Ah ja, ich will nicht hingehen. Angst. Ich hab ihn schon getroffen. Warte, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh. Ich hab Bock wieder raus. L surrens, Besser hat funktioniert. Aber erstmal eine richtig schöne positive BKD hier besitzen. Obwohl ich die BKD sowas von selten schmiele. Boah ist das behindert, ich hab immer noch mehr Assists als Kid. ich bin 3 auch dieses weiter ich komme gerade so gar nicht hier drauf klar ne du bist doch wunderschön ja ne hast du mal Assault gespielt? oh ja oder die Milizia finde ich richtig nice Alter die sind die behinderten Maps zu meinem Spiel überhaupt nicht alter ich hab die gefeiert früher ja CSS 1 pro 6 da waren die coolen ja genau richtig man ja als ob der mir schon nicht gegen kommt wie schnell nein steht einfach oben alter da wofür müssen ja der ist da beim vent doch nicht doch nein ja jetzt müsst ihr euch richtig beeilen da und hallo du dich führst du Huren hast du ein kit? sonst kannst du auch wegführen vorbei get back get back get back ok verschenkte Wunde verschenkte Wunde verschenkte Wunde verschenkte Wunde ja explosion zeig einen Looter kaufen in den defuser don't be a loser don't be a loser buy a defuser lalalalala lalalala ich hab hier einen Rollator gefunden direkt rechts neben uns Rollator? naja garbage da mal die extra für die xxxxxxxxl leute oder wie ich hab die posita aus dem Boden das hast du jetzt gesagt hehehehe oh god die sind ey ey alter war das ein Headshot man Taduri kannst auch treffen hehehe komm erst mal auf mein Spielniveau ohhhhhh 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 was denn sind doch nur ähmhm Moment ich muss rechnen richtigen Killsunterschied heheheh jayyyy kicker rush außen 1 hmhm ich würd sagen innenmännern let's go über Rampe halt sexy ping meiner? ja ich weiß nein meiner ach quatsch der ist doch Grenade out Hauptsache wir haben uns jetzt aufgelöst hehehehe die sind die sind wahrscheinlich B ja ja eh einer hat HP ist das B übrigens danke ich möchte es ja nicht wirklich sagen aber ey wir verkacken das ich bin mal nicht direkt am Anfang der Runde als erstes toll weißt du ne aber jetzt ohhhhhh Mann das ist richtig ich komm auf die Map einfach nicht klar wie du meintest außen dann sag es doch auch das was hat er denn nur auf gemeint hehehehe was hat er denn nur auf gemeint hast du nicht ja im TS vielleicht hat er sie was hat er was was das ist ein kleines Kind das ist ein kleines Kind kannst du die Stimmen nicht unterscheiden glaub du nicht keine Ahnung ich auch nicht das ist aber überhaupt nicht aus wie viele ja weiß ich doch nicht ja wenn du sowas behauptest dann musst du es auch wissen ah ich hab nur Nades gesehen und hab gesehen dass durch euch bekomm ich so viele die wir leben da einer ist unten rum bei B die Bombe ist unten B dunkel war's der Mond schien hell die Bombe ist angehittet Oah Wind hab ich ach ey das ist nicht wahr AARH einer Wind Pfff Links AAH es tut mir Möchtest du eventuell deine Blue Lemonade gegen meinen Kartell tauschen? Die haben Gib mir ein M9 Marble Fade Fire and Ice Ich gebe dir ein Phase 2 Doppler M9 Und ein Factory New Butterfly Fade Und die Kapel wäre er tradelt Und? Wird geil Boah hier stehen 3 Ja was Und dann der Gib mir ein Headshot Noch einer Die Bombe aufgehoben Habe ich auch angehettet Schon geflogen Ich bin so blöd Zum richtig nachladen Ich habe einfach mal Alle Leute angeschossen Scheiße Außen Kommt rein Bei der Leiter Ja klar Also von hier Von nirgends oder nirgends? Ja genau Von da wo du hinziehst schon Ah ok Da kam er Von oben oder unten? Von oben Von oben Nein von unten Von unten Richtig schön wenn man die Spots nicht kennt Kannst du bitte Rampe sichern Damit ich von da nicht gefüllt werden kann Aber ohne zu step Jetzt war ich da doch nicht Ja jetzt hat er zweimal Mich da Oh schön das Ding Danke Aber trotzdem steht es 12 zu 8 Ja Nein Steppen gehört dazu Ja und Na ok Alter ich war einfach an jedem Kill hier beteiligt Die Runde Was ist es schon? Was willst du mich verarschen? Ich habe alle angeschlossen Ja deswegen sieben echtes Ja aber auch sieben Kills Ist doch eigentlich ein ganz schöner Score bis auf die 16 Kugel Oh Gott Die habe ich Die fieße Och nein Fuck da steht ne Arme Bei Rampe Ja jetzt weißt du auch dass du da bist Gelb Ich gehört So ich steh noch hinten drin Jetzt ernsthaft? Oh Gott ich dachte ich hätte den einen schon Aber das war nur 70 Ich Oh nein Oh nein Taluri nice Oh nein Nice Taluri macht's Was Maschiro nicht hingekriegt hat Danke Danke Wow ey das hat sich so weh nach anderem Wie dieses Kack-Meme Wow Boah Hauptsache du kriegst es nicht Ich kann ihn nochmals traden Hauptsache du kriegst es nicht hin Die beiden da zu killen ey Ich möchte bitte deine Blue Laminate haben Bitte 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 Die ist auch davon in meine Kartell Ich hab ne Blue Spruce Ist das besser? Nein Oh Nicht du nicht Mano Ich hab ne Aquamarine Revenge Das besser Nein Unten Die sind hier in außen wahrscheinlich Drei sind drin rein Oh leih Die haben schon geplant halt Well Ok Ah ich mach 3 Mal, mach mal ein Spiel glaub' ich Und dann kann ich Komm schon. Oh leu, wen hab ich denn da angeschossen? Muck das ein, Alter. Der ist eh bei der Tür. Doch nicht. Ich hab einfach keinen Kit, so ne Scheiße. Ist gefusend. Ich schaff's nicht, wahrscheinlich. Drei, zwei, eins. Come on! Oh, ich hab's geschafft. Weißt, Orientator hat seinen Kit, ne? Du hättest aber einfach Lust, das können wir nicht. Ach so. Das sollten wir aber beibehalten, richtig. Ob das mal Smurfs zu kaufen und so'n Scheiß. Ja, Mann. Ich hoff endlich mal einen Stern. Oder hatte ich den schon vorher? Ach, weil ich keinen gekillt hab, die Runde hab ich keinen gekriegt, mal. Alright, gentlemen, this is it. Das ist doch bullshit, ne? Was? Was ist das hier? Ja, Hauptsache wir sind nicht voll am abkacken, ey. Ich glaub, die machen den gleichen Scheiß wieder. Ich glaub, die machen den gleichen Scheiß wieder. Planten. Ah, plant? Ey, ja. Hey, ja. Plantet, ey. Wir sagen nicht auf Englisch. Why not? Das war noch die Reload-Animation mit mein Leben. Diffuse einer, bitte. Diffuse einer, bitte. Was war das eigentlich für ne... Das hat sogar funktioniert... Ja, natürlich hat das funktioniert, ne. Das funktioniert fast immer. Ich hab auf die andere Sicht gehen und dann sah so wie dumm aus. Was? Diffuse, oder was? Ja, bitte schön. Nein, will ich nicht. Ich hab dir jetzt schon gelegt, jetzt behalte die. Okay. Fang dich an, ich bring dich. Nee, wie ich sie behalte. Ich hab dir extra eine gelegt und mir ne neue gekauft. Mann, behalte ich sie. Wenn du sie machen soll. Ich spiel lieber die gleiches Ding. Ja, jetzt kannst du den pushen, Mann. Ramp one. Was up. Ja, jetzt hol dir die SSG, Mann. Kino einer. Außen auf. Bombe? Ich seh da nix von ner Bombe. Doch, der hat die down geschossen. Bombe down? Außen? Hm. Pack mich. Oh, Mann. Nee, danke. Nicht zu den Schokoladenpreisen. Ich wollte eigentlich sagen, das schmeckt eh nicht. Aber gut. Kommt oben raus. Auf Silo. Mann. Silo ist Zeit einfach. Oder so. Leute, ich hab... Der hat doch da hinten gesteppt, oder nicht? Nein. Keine Ahnung. Ach. Ich hab mich mehr drauf aufgeregt, dass ich den zweiten digge. getroffen hab. Nein, nein, nein. Das ist aber böse. Willst du wieder ne SSG haben? Nein. Ich werf die weg. Ich seh keine Stat-Track. Ich hab ne Stat-Track-SSG, ja. Ja, und? Wen interessiert ne Stat-Track, Mann? Ja. Ich auch. Wen interessiert das? Mich? Okay, geile. Eigentlich müsste man wieder außen was machen. Die gehen 100% wieder A. Ja, es ist A. Glaub ich. Maybe it's A. Aber hier unten ist ne Brandplanate geworfen, ja. It's B. Die haben B. Die ist das B, what the fuck. Das ist alles so nah hier, man hört überhaupt nichts. Die Schuss. Ich kann nicht. Ich seh nicht. Ja. Das ist ein verbrissen. Weh, Mann. Da hat sich grad alles bei mir aufgehangen. Ich wollt nix mehr kaufen. Und das ist Byron vorbei. Geil. Ich hab einfach geil. Bambo aus. Ja. Ja. Dann gehen die eh wieder weg. Ey, push. Ich kann nicht pushen. Ich beat. Willst du mich verarschen? Ich hab keine Waffe. Kann mir einer Gras verkaufen? Ähm. Nein. Außer du hast ein Bitcoin-Counter, dann ja. Achso, nein. Außer du hast ein Bitcoin-Counter, dann würde ich dir Gras verkaufen. Ich hab damage gemacht. Ach. Ja, add mich mal. Wo ist denn hier? Boi. Ja, ist A. Oh, der in den Box ist. Was hast du geplant? Ach, A, nicht B. Oh, fail. Nicht gefehlt. Ja, das sind Pommels. Ich hab immer dieses Kack. Ja, ich hab die ganze Zeit Steps gehört und hab mich gewundert wo die sind. Die waren über mir. Fuck off, ey. Nein, ich wollte ihn verbringen. Aber ja, ja, dem hab ich auch. Mä. Nein. Ich wollte ihn verbringen. Ausgleich. Was? Alles wegen euch. Seid unkündig. Guck mal, Tadori. Ich hol ihn auf. Ich mach da. Ich lass nach. Ja. Ach, Leon. Du kannst mich übrigens Tamo nennen, ne? Ja. Tamo, hallo. Ich kenn einen Tamo. Ah, cool. Ich glaub ich hab die Arfe getroffen. Du kommst aus Niedersachsen, oder? Ja, ich hab die Arfe getroffen. Niedersachsen, ja. Wo genau? Hannover. Hannover? Ja. Ich war öfters in Hannover. Ist es wieder B oder A? Ist B, ist B, ist B. Ist B, ist B. Hatte nicht jemand Bombe dran gerade? Weiß ich nicht. Ich hab mir die Bombe gesehen. Oh. Nein. Du pushst mich? Ja. Ich push nicht. B oder A. So. Warte? Äh. B oder A? Ah, okay. Ich bin zu weit weg. Neu. Ja, dann rennen. Kann ich nicht. Ich bin Fettler, bin ich. Ich seh die Leute auch nicht hier, weil ich zu behindert bin. Wenns. Einfach ne Smog drauf werfen und defusen. Los defusen. Los defusen. Los defusen. Los defusen. Diffusen. Ja, okay. Das schaffts. Jaaaa. Juhu. Oh ne Gong. Dein Ernst. Du weißt. Du hättest sie auch sparen können, ja. Ey, das ist das ganze 300$, ja? Ja. 300$ hättest du mir geben können, damit ich mir ne M4A1 leisten hätte können. Ja, was? Danke. Was ist das? Jaaaa. Du bist übrigens frei, was? Natürlich. Immer. Ey, ich bin nicht mein letzter. Geil. Ah, ich hab meine Standardposition erreicht. Hast du denn war auch alt genug? Geil. Was? Komm nämlich offiziell aus Holland und ist da. Ja, meine Standardposition ist eigentlich ritter, aber als zweiter, das ist was schlimmer. Thank you. Wenns. Die. Again. Medi. Als ob der mir durch die Smoke gibt. Ja, da. Aaaaah. Geht mir einfach durch die Smoke. Der Typ der macht das. Das ist ja nicht umsonst. Nein, nicht pre-made. Dunkel war's, der Moki-Helm. Von was ist das? Ich krieg das mich mal aus dem Kopf. Das kommt von Alligator. Achso. Auftrag ich frag von Spongebobble. Tadios. Gen B. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Cool. Jetzt B. Hättest mich konzentriert, hätte ich die auch gerade besiegt, aber... Ja, aber was ist das denn nicht? Ja, ich wollte dir ne Chance geben, weil du cool bist. Moment. Es ist A. Nein, ich war doch grad auf A. Es ist B. Es ist SSB, ja. Smoke dich ein, los! Nein! Nein! Das erste Mal, dass ich es nicht hinbekommen habe. Ja, aber die Smoke lag gut. Der Fehler war, er wurde schon vorher gesehen. Ja, wahrscheinlich. Kann mir jemand was legen? Bitte? Ich hab kein Geld mehr. Oh. Ich hab wirklich... Dann kriegst du ne Eco-Op, da ne Eco-Op. Was? Eco-Op? Ich hab voll gekauft. Ich hab voll gekauft. Wir haben kein Geld. Ich hab ein Echo abgegeben, also ein Deagle. Oh Mann, ey. Aber wir müssen auch voll bei'n. Jetzt müssen wir uns auch gewinnen. Jetzt A. Jetzt A. Pushing A. Yes. C. Sprich nicht Englisch, wir sind Deutsche. Ist mir doch egal. Äh, von wo? Unter dir. Auf dem Dach! 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 Wie auf dem Dach! Auf dem Dach! Auf dem Dach! Evan und da hinter dir! Ach, das ist das! Das Pommes! Das Pommes! Morg, ich hab nur ein Motor! Oh, ne! Toll! Evan! Der hat ja überhaupt nichts! Wo ist die Bombe? Such nur Smoke! Such nur Smoke, man! Nach vorne! Nix! Nix! Genau! Da, äh, da Treppe! In diesen zwei Stufen ist der Smoke! Oh, lol! Das hat immer... Oh, Christ! Oh, nein! Oh, geil! Jetzt hat er noch nicht... Den Unentschieden noch wollen! Ich hab kein Geld übrigens! Niemand hat Geld! Kann mir jemand legen! Ach, du Scheiße! So, wie wär's mit durchpushen? Damit rechnen die jetzt am wenigsten! Halt! Ja, pushen mir entgegen! Ja, und da beißen, Eis! Überrampe wieder! Das wär geil! Danke für den Rob! Hat jemand noch ne Flash oder so? Ja, ich hab ne Flash! Kannst du die bei Rampe direkt reinwärten? Oh, doch nicht sooo! Du bist so wild! Nice! Oh, es ist bloß! Ich hab einfach Beile direkt drin! Bei mir musst du immer alles spezifizieren! Sonst mach ich irgendwelche Scheiße! Ja, ich hab's gemerkt! Kann man machen, muss man aber nicht! Doch, muss man! Das ist meine... Das ist meine... Mission! Deine Definition? Nein, meine Mission! Oh, hey! Oh, hey! Auch schon, ne? Oh! Jetzt im Ernst! Jetzt hab' ich denn einen A-Aven-Aven-Schuss abgekriegt! Oh, man! Ich bin auch fast gestorben natürlich! Okay, also weg kann ich! Spann! Jetzt denn früher kriegen können! Übrigens, ich werd' bei der Bombe bleiben! Wo ist die Bombe? Ich hab's nicht mehr gewählt! Und da ist jetzt auch der Gegner. Thomas. Er? Was ist Thomas? Lol, wer verbräst du denn? Danke fürs Spielen, schau man. Ich hab mich vergaßt. Die Maschiro kann doch noch eine Runde mitmachen, oder nicht? Keine Ahnung. Ich guck, ob mein nicht-Premate noch weiterspielt. Ich hab so einfach, dass ich die Aufnahme wieder gestartet hatte. Und ja. Oh, ich bin online. Ansonsten sag ich jetzt, ciao Leute, das war eine Runde mit Randoms. Und bis dann.